Also das ist unser super geiler Stein, die wir sehr kaputt haben. Sie sehen, hier ist das absolut staubrein. Ja? Ah, das siehst du? Ja? Kleiner Bewege? Ja, das ist doch eh, wie ihr lieber fließt. So, und die haben die jetzt viel besser. Ja, die sind so sauber. Für meinen Namen und Schäfer, die können sich alles unterbringen. Und sauber, schön, Mosi, alles. Ja, super praktisch, der Dore. Und hier, mal ein Wolfgang, die haben mich noch nie sehr getrunken. Natürlich, ich habe ein bisschen Doppel. Jetzt noch Spaß, also, das ist echt freundliche Technik, wie man das und sieht. Ja, die Bettwäschung, wo wir uns nicht überhalten, ist natürlich erst, dass ich. Das schaufe ich mir auch mal hier im Fernsehen. Ja, und wie das? Das ist der eingebaut in ein Schlafen mit Schimmelspuren. Und hier ist es sauber. Da gibt es nichts. Und hier, meine Damen und Herren, die traurische Lüfterung. Unglaublich. Nicht Luft, dein Volkler. Ja, hier nochmal solche Drogenfülle-Haken sitzen, aber fühle ich das stabil. Ja, meine Damen und Herren, das war schon die Drogenfüllen-Durchsatzung.